Servus Leute! In der heutigen Episode erfülle ich mir einen kleinen Lebenstraum. Diesen Traum habe ich schon seitdem ich mal vor Jahren eine Reportage über China gesehen habe. Da haben sie auf der Straße etwas gemacht, von dem ich treue. Ich bin nämlich sehr pingelig auf meine Ohren und müssen immer ganz sauber sein und deswegen haben die Larissa Ohrenkerzen gekauft in der Apotheke. Und ja, ich will eigentlich nur noch schlafen gehen, morgen in der Früh kommt sie, dann machen wir das gleich. Und danach filme ich noch ein Interview mit einem der größten Schriftsteller in Österreich. Also ein extrem spannender und hoffentlich geiler Tag. Ich freue mich schon und ja, bis morgen. Okay, Anwendung. Die Ohrenkerze sollte nicht alleine, sondern von einem Therapeuten oder zweiten Person angewendet werden. Legen Sie sich in Seitenlage auf eine Liege. Siehe Foto. Die Ohrenkerzen wurden von den Hobby-Indianern vielfach erprobt und angewendet. Grüße an die Hobby-Indianern, danke für dieses Wunderwerk. Hoffentlich Unterwerk. Scha, 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 scha. Ich habe ja gewusst, das ist ein tolles Ding. Ach, scha, scha, scha. Dadurch wird der Unterdruck verstärkt, ich weiß nicht. Nein, egal. Auf diesem Kanal stellen wir uns jedem Risiko. Das Sofa sollte passen, oder? Ja, ich denke schon. Okay. Wirf den Bild. Ist sie geschlossen? Ja, ich glaube, es ist zu. Es brennt richtig. Oh no. Es ist eine Fackel. Drück noch ein bisschen rein. Okay, stopp. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, nein, das hat sich ja wieder gefahren. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mach einen Countdown. Von wo soll ich runterzählen? Zehn ab jetzt. Zehn. Neun. Nein, okay, das war zu früh. Okay, mach ihn jetzt. Zehn. Neun. Zehn. Neun. Zehn. Neun. Neun, nicht reinstecken. Uhhhh. Es wird Zeit für einen Moment der Wahrheit. Wie viel Schmalz hat sich mein Leben lang angesammelt? Ich bin immer sehr panibel beim Ohrenputzen, deswegen denke ich, dass ich das recht gut gemacht habe, aber ich wäre auch froh, wenn die Kerze voll ist und ich wieder ganz leer bin. also es kann ja was gutes rauskommen. Okay, warte! Wir sind Monster! Was haben wir da in uns die ganze Zeit? Ohrenkerzen, ihr alle kaufen! Link in der Beschreibung. Noch die zweite, Rammelfabrik. Nicht Rammelfabrik, Schatz, bringst du mich raus! Ohrenschmalzfabrik noch! Reinigen! Wir haben ein rechtes Ohr, das fühlt sich jetzt echt gut an. Okay, warte, sagst du mehr oder weniger Ohrenschmolz? Ich sag mehr. Ich seh's jetzt schon. Aber es ist jetzt leider so ungleich. Oder vielleicht funktioniert es bei euch besser, keine Ahnung, vielleicht habe ich komische Ohren. Aber es dauert auch noch, du musst dich heute entspannen, das ist eine entspannende Wirkung. Heute kann ich mich nicht entspannen, denn heute machen wir noch was. So, weiter geht das Abenteuer mit frisch geputzten Ohren. Es ist verdammt kalt draußen, aber mein Tag ist noch nicht vorbei. Ich werde jetzt noch mit dem Mucki von eurer Mom. Werden wir jetzt noch einen regionalen Schriftsteller, kennt man den in Deutschland? Ich glaube schon. Werden wir jetzt noch interviewen. Schauen wir mal hin. Na gut, wir sind da jetzt Backstage im U4. Das Interview ist vorbei, ich konnte leider nichts filmen, es war zu stressig. Ich wollte es nicht. Dann hat er sich. Dann habe ich mich auch. Und ich wollte auch höflich sein und nicht zu viel verlangen. Ich habe schon ein Foto bekommen. Ja, jetzt räumen wir noch zusammen und dann ist es schon gewesen für heute. Werte Pupen, werte Mädchen, hier ist für euch Thomas Brezina! Das war es gestern auch schon. Sorry, dass das ein nicht so aufwändiges Video ist. Wie gesagt, wir wollen ja nach Australien ziehen nächstes Jahr. Und das bedarf jetzt schon etwas Planung. Und deswegen bin ich jetzt einfach da beschäftigt, Arbeit zu suchen dort und solche Sachen. Und deswegen sind wir auch jetzt hier, ein Bewerbungsfoto machen. Aber der Himmel ist nur grau. Ihr könnt jetzt noch sehen, wie ich mir in Thomas Brezinas Instagram Story in die Hau. Hallo, schaut wirklich sehr geheimnisvoll aus, dass ihr vorbereitet ist. Das ist schon wie eine Entführung oder irgend so etwas. Das ist ein sehr geheimnisvolles Ding für Sie. Ich wusste nicht, dass er eine Instagram Story macht. Ich dachte, er macht ein Foto. Deswegen habe ich auch so lange posiert am Anfang. Und dann war der Mucki so natürlich, gleich Servus, Thomas. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich stehe auch auf. Aber trotzdem cool. Ich meine, das war jetzt der erste Star sozusagen, den ich vor der Linse hatte. Und hat mir auf jeden Fall Bock gemacht, mehr davon zu machen. Und ich werde euch natürlich auch dann mitnehmen. Also wenn ich einmal Musik wieder für Kendrick Lamar oder Justin Bieber mache, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr mit mir kommt. Das heute war jetzt einfach nur ein kleiner Einblick für euch in meinen Alltag, für meine Zeit vor Australien. Man glaubt es kaum, aber ein Umzug braucht verdammt viel Planung und Vorbereitung. Und deswegen bin ich gerade eigentlich ziemlich beschäftigt damit. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, reicht mir euren Daumen. Helft mir auch mit eurem... Abonniert's, damit ihr nicht verpasst, wie ich auf einem Känguru reite. Oder eben Justin Bieber Backstage einmal. Bereits? Nur Abonnenten werden es wissen. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Sauvignon übernimmt. Sauvignon übernimmt Sauvignon übernimmt. Bis zum nächsten Mal.